Oh, Ausbilder Boris. Fuck, man. Der hat früher mal Tennis gespielt. Der ist gut. Oh, oh, oh. Hey, Kinders! Willkommen zu Clash Royale. Mir wurde es hart ans Herz gelegt. Hoppala. Erst auch mal anzuspielen. Und jetzt mache ich das gerade mal. Oh Gott, ist der Bildschirm eingeschränkt, meine Damen. Willkommen bei Clash Royale. Herausforderer. Lass uns zunächst ein paar Trainingskämpfe absolvieren. Deine Mutter absolviert mich heute Nacht. Junge, zerstören die gegnerischen Türme. Gut, hab ich Lust drauf. Bumm. Aha, ich hab also Karten. Es macht gerade mal ein bisschen Sinn, wie das funktioniert. Okay, komm, dann greife ich noch das da an. Volle Pulle, verstehst du? Hey, das sind keine Gremlins, Goblins, Pimmelnasen. Was ist hier los? Oh, ihr Pisser. Achtung. Bam! Es werden Penisse gespawnt. Alles klar, ich sehe schon. Wir sind da oben. Nicht schlecht, doch jetzt fickt mich. Ausbilder Erhard, ich habe dich besiegt. Oh, ich möchte sie aufmachen, sofort. Ach so, 15 Sekunden, alles klar. Komm schon, AWP Dragon Lore, AWP Dragon Lore. Bitte! Oh, ich habe 15 Gold gewonnen. Dafür habe ich 15 Gold ausgegeben. Es hat sich gelohnt. Oh, ich habe einen Render bekommen. Oh, Pfeile. Alter, es hat sich so assig gelohnt. Mann, assig war das. Guck mal hier, ganz viel neuen Schaden macht das. Und man soll noch mal einer sagen, ich wäre schlecht in solchen Spielen. Meines Wissens hat niemand Pfeile Level 2. Kein Mensch ist so weit wie ich. So weit, so gut. Also mir gefällt das Spiel jetzt schon sehr gut. Ich sage es mal so, ich finde es gut, ja. Ja, dann kämpfen wir noch mal eine Runde. Schnelltipp. Karteneinsatz kostet Elixier. Dein Elixier. Ich denke, mal sehen, was du drauf hast. Guck mal, was ich drauf habe. Du fette Snitch, Mann. So, was sagst du jetzt, ha? Und dann nehme ich natürlich noch die Archer hinterher. Ich meine die Riesen, ja. Und dann spawne ich hier noch mal ganz hastig. Hier so eine schöne Bomben-Truppe. Ja, ich kann es halt. Welch, gekonnt ist halt einfach gekonnt. Viel Spaß beim Schwerben. Alter Bock. Ausbilder Ficko-Fahr. Ficko-Fahr, das ist schon ein guter, habe ich gehört. Ich habe wieder eine Holz-Truhe bekommen. Jawohl. Oh mein Gott. Ah, ja gut, ich habe wieder Geld zurückbekommen. Ich habe Musketierinnen bekommen. Das war's. Könnt ihr euch in den Arsch schieben. Ja, davon habe ich immer geträumt. Von so starken Musketierweibern. Oh, es ist so schön. Ey, da geht noch. Oh, der Ausbilder Mike. So, Musketierin, mach mal. Wie so einfach eine Panzerfaust in der Hand hat. Wahnsinnig. Ich bin mal gespannt. Wie kann er da? Hey, auf Sachen zu spawnen, mein Freund. Ja, der Mike hat es schon so ein bisschen drauf. Das merkt man halt, ne? Lassen wir erstmal kurz, ey, ich wollte gerade sagen, lass uns erstmal ein bisschen ausruhen hier. Ja, aber der Spawn natürlich sofort wieder seine faschistenen Creeps. Aber nicht mit mir. Ich habe meinen Ritter, ja. Ich habe gleich meine Musketierin. Ja, super. Jetzt erstmal abwarten, bis hier was passiert. Somit nehme ich einen Schuh draus, verstehst du? So. Ich mache das kaputt. Oh, eine Holztruhe. Ich frage mich, wie viel die kosten wird. 15 Gold. Ach, guck mal. M4 Hyperbeast. Nehme ich auch gerne mit. Nehme ich gerne mit. Nur 14 Gold? Reinfall, aber brutaler Reinfall. Feile, okay. Riesen. Okay. Let's go, bruh. Let's go. The Ricycles. Die sind so schön, die Riesen. Guck mal, wie gut die aussehen. Richtiger Frauenmagnet. Ja, Levelaufstieg. Gefällt mir das Spiel, werde ich auch einfach mal nebenbei so ein bisschen dödeln. Und natürlich auch einen Clan erstellen. Rastet nicht so aus wie ein langsam Räucherspieß, ja? Ihr dürft natürlich eintreten. Bam. Wir reißen jetzt mal direkt die Seite ein hier. Oh, shit. Oh, shit, bruh. Der macht ja auch ganz viele Leute auf einmal. For the piece, sir. Ich mache dich dort, mein Freund. Ja. Ja. Wow. Schwarz-Weißen-Blick oder wie er hieß. Okay, scheiße, wo ist mein Pikachu? Los geht's. Oh, wer macht? Okay, also. Oh, der Mini-Packer ist ja geil. Jetzt ist er mein krasser Ritter? Nee, ne? So, pass mal auf. Achtung. Und gleich räume ich jetzt die ganze Scheiß-Turm da drüben ab. Circa. Jetzt. Nee, erst wenn die angegriffen haben. Warte, warte. Jetzt. Jetzt. Hier läuft es an der Blechrüstung. Ja. Es tut ihm halt weh, wenn er schlägt, weißt du? Die Rüstung, in der er läuft, ist zu eng. Also, das Spiel sagt mir wirklich sehr zu. Muss ich echt sagen. Es macht so richtig Spaß. Oh. 14 Gold, Verlust gemacht. Super. In Slotterich. Ich verbesser die Piggis. Piggi. Und für die Weiber habe ich auch nicht genug Kohle. Ach, nur fünf. Das ist ja wohl lächerlich. Komm, ein Angriff geht noch. Ein Angriff geht noch mit denen. Ausbilder Tim. Fuck. Ich habe gehört, das ist ein harter Brockenmann. Der macht dich kaputt. Der zerfickt dich dann. Der zerfickt dich. Pass auf. Mein Trick. Ich spawn erst den. Und dann direkt den hinterher. Und dann das doch. So. Und so schnell kann man einen Gegner einreißen. Das klingt fix. Oh, Tim. Ich glaube, du bist zerstört. Wie lautet dein Name? Der Dumbabler natürlich. Natürlich. Ja. Gewinn. Aha. Komm, dann machen wir noch einen Angriff. Haben wir noch hier in der Tasche. Ja. Los geht's. Oh, ausbilder Boris. Fuck, man. Der hat früher mal Tennis gespielt. Der ist gut. Oh, oh, oh. Ja, ich habe den Günther Jürgen. Mini-Packer. Los geht's. Und so schnell zerstört man eine Burg. Ja. Auch wenn man mal Tennis gespielt hat, kann man sich vor mir nicht verstecken. Ich habe nämlich früher auch Tennis gespielt, Boris. So. Oh, eine Silbtour. Die kostet was? Ich habe ganz viel freigeschaltet. Ja, öffnen wir mal den Spaß hier, ne? In drei Stunden, klar. Drei stelle ungepanzerte Darkämpfer. Klein, flink, grün und gemein. Hört sich an wie kleine Mädchen, die ihre Tage haben. Was labert ihr doch? Frau feindlich, behindert. Aber man kann drei Kampfdecks sich vorbereiten. Mir sagt ja wieder keiner was, ne? Mir sagt halt wieder keiner was. Kommen Kämpfer noch schnell in der Arena? Gegen Killer. Alles klar, mein Freund. Ich fick dich jetzt durch, du Luder. Alles klar. Hilfe. Warum habt ihr irgendwelche Leute, die ich noch nie gesehen habe? Noch nicht immer im normalen Clash of Clans. Was soll der Scheiß? Okay, mein Mini-Packer ist gleich am Start. Hör auf mit deinem Scheiß-Feuerkram nach mir zu schießen. Ja. Okay, das erste Ding eingerissen. Komm schon, komm schon. Jetzt nachdrücken, nachdrücken. Immer weiter reindrücken. Oh, boom. Okay, pass auf. Warte. Alle, wir sind alle frei. Ja, alle. Okay, 60 Sekunden. Ich bin im Vorteil. Komm schon. Komm schon, hit me. Ich war mal im Vorteil. Scheiß die Wand dann, ey. Okay, komm. Fuck, fuck, fuck. Fuck, seven, six, five, four. Fuck, er hat mir eins eingerissen, dieser Pisser, Mann. Alter, ist das geil. Das macht echt übel Spaß. Das ist so richtig actiongeladen. Und direkt an der Silbertruhe am Start, die natürlich gesperrt ist. Warum auch nicht? Okay, also ja, so weit zu, ähm, wie heißt das? Clash Royale. Macht richtig Spaß. Ich mach bald wieder einen Clan auf, wenn ich so weit, also wenn ich so weit bin. Wie viele Leute können da einen Clan? Hoffentlich auch 50. Also, so weit so gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.